Das Konzept von Siebensachen ist ein Integra-Konzept, die produzieren dort diese Sachen und wir wiederum haben dann die nette Aufgabe, dass wir sie verkaufen dürfen. So ein Lader in Brägetz ist ganz, ganz toll, weil wir einen irren Standort haben da am Kornmarkt, der so mittendrin ist, zwischen Fenderhang und Touristen mit dem Hafen. Schön ist, dass unsere Kunden mit unseren Speziellen alle gut lernen können und gut umgehen können. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß.